Hallo und herzlich willkommen zurück auf dem Crash Academy Channel zum neuen SCB-Verse Report. Ja, Weasen nochmal an meiner Seite. Cecilia ist noch krank, ist aber tatsächlich dabei, sich gut zu erholen. Das heißt, sie hat gesagt, nächste Woche ist sie auf jeden Fall wieder für euch da. Vielen Dank aber dir erstmal, dass du mir hier wieder Schützenhilfe gibst. Bitte schön, sehr gerne und danke an Cecilia, dass sie uns das ganze redaktionell schon vorbereitet hat, im Voraus. Ja, auf jeden Fall. Super Arbeit, vielen Dank. Und von da aus gehen wir mal direkt in unser Hot Topic und das ist was, was du dir ausgesucht hast diese Woche. Ganz wichtig, ich fand das war der wichtigste Punkt der letzten Woche. Es wurde angekündigt oder es wurde ein bisschen geteasert, dass das Sightech Setup, die Sightech Peripherie für Star Citizen womöglich diese Woche in ein Limited Sale kommen kann. 2000 Stück des kleinen Setups sowie der Tastatur handunterschrieben von Chris Roberts in einem begrenzten Sale diese Woche womöglich. Genau und das als Vorbestellung. Also das heißt, es geht auch wirklich nur um eine Pre-Order gerade. Das kommt nicht direkt zu euch nach Hause geliefert, sondern wenn das Ding dann fertig ist, wird es kommen. Und es wird auch so sein, dass es in Zukunft dann über die Sightech Webseite auch verkauft wird und dann auch später ganz normal überall im Handel zu finden ist. Aber das sind natürlich dann nicht die limitierten Editionen und die von Chris Roberts signierten jetzt. Preis wissen wir übrigens noch nicht. Da haben sie noch nicht viel zu gesagt, was das dann wird. Aber wir werden euch auf jeden Fall informieren, sobald wir was finden. Wir informieren euch und sonst Augen offen halten. Das wird dann wahrscheinlich von meinem Gefühl her sehr, sehr, sehr schnell weg sein. Wahrscheinlich schneller als eine Javelin. Das heißt, dann gebe ich dem Ganzen zehn Sekunden. Deswegen Augen auf, wenn es euch interessiert und zuschnappen. Genau, so ist es für alle, die auf jeden Fall Interesse an diesem Setup haben. Klingt ja auch jetzt mal ganz spannend, was sie da vorhaben. Und es ist noch das kleine Setup. Hast du das gesagt? Das ist das kleine Setup noch. Da wird es noch ein größeres geben, aber dazu gibt es jetzt noch viel zu wenig Informationen. Genau. Also einfach Augen auf, wer beim Joystick kauft. Haha. So ist es. Gut, wir kommen von da aus mal in die Weekly Updates. Genau, Weekly Updates. Auf jeden Fall wichtigste Information. Gleich zu Beginn ist der neue Patch. 2.1.1 ist jetzt live. War sehr, sehr schnell als PTU gestartet, um Stabilität und Bugs zu bekämpfen. Wir haben das direkt gesehen bei 2.1. Da gab es noch sehr viele Kinderkrankheiten und da war Stabilität vor allem im Mittelpunkt der ganzen Geschichte. Sie haben sogar schon die Anzahl der Spieler testweise im PTU erhöht gehabt. Waren es 24? Mhm, rücksichtig, ja. Ist aber noch nicht im Live-Patch drin, war ein Testlauf. Und dann haben sie die Vanguard angepasst, was die Manövrierfähigkeit angeht. Sie ist jetzt tatsächlich weniger manövrierfähig als beim vorigen Patch. Und die Wärmeentwicklung der Vanguard Warden, Revenant Gatling Gun wurde angepasst. Auch ein Aspekt des Patches. Und die Geschwindigkeit der Glaive und der Skies im Cruise-Speed wurde angepasst. Und da war noch was. Ja, im Grunde genommen hast du es eigentlich ganz gut zusammengefasst. Also meiner Meinung nach... Trefferpunkte, der Glaive. Ah, ja, stimmt. Die war vorher wirklich ein Papierschiffchen. Auch das wurde jetzt angepasst. Richtig. Also ihr merkt schon, es sind kleinere Sachen. Man sieht, es ist auch nicht der nächste große Patch mit 2.2, sondern es ist eben 2.1.1, wo es vor allem darum geht, zu einem stabileren Spielerlebnis zu kommen. Und ich glaube, das haben sie ganz gut geschafft. Also zumindest unserer Erfahrung her nach läuft es jetzt ganz gut, wenn man auf den Servern drauf ist. Ja. Es ist gestern anderthalb Stunden geschafft. Ja, immerhin. Siehst du. Also das geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Und von da aus gehen wir dann direkt weiter zu Around the Verse. Das war dann Episode der zweiten Staffel Nummer 15. Und ja, da kann man als erstes verkünden, sie arbeiten also jetzt gerade aktuell an der Aspera Prowler. Das ist eben vom Schiffshersteller Aspera, der gerne Alien-Technologie nachbaut. Das kennt man von der Glaive zum Beispiel. Ähm, die, da bauen sie eine Tevarin-Technologie nach und die wird sich vor allem auf ein Enterschiff, also auf ein Boarding-Schiff, konzentrieren. Wird vermutlich der nächste Konzept-Sale. Meinst du? Mhm. Ja, ja. Das ist schon eine Weile in Arbeit und schon angekündigt, dass es höchstwahrscheinlich der nächste Konzept-Sale wird. Wie groß ist das Schiff? Gibt es da schon Info? Keinerlei Info, nein. Weiß man noch nicht. Auf jeden Fall soll es halt wirklich für Boarding-Missionen sein. Das heißt, da hattest du eine Art Landungsschiff. So riesig wird es also nicht werden, nehme ich mal an, dass du eher mehrere davon nimmst. Mhm. Als nächster Punkt stand jetzt die Weiterentwicklung der Patches im Vordergrund. Das heißt 2.2 Alpha und 2.3 Alpha. Da wird jetzt gerade ein Plan gemacht, welcher Content, welche Spielinhalte sollen jetzt darin vorkommen, damit sie ihren Monats, ihre Monats-Patches auch schaffen können. Mhm. Genau. Da wird jetzt also ganz viel Zeitplanung gemacht. Hat man letzte Woche auch schon angekündigt, dass da ganz, ganz viel geplant wird für die nächste Zeit. Außerdem geht es natürlich insgesamt in die Planung, was so in den nächsten Monaten alles kommen wird. Da werden wir sicherlich in der nächsten Zeit noch mehr hören. Und dann gab es einen ganz, ganz coolen Sneak-Peak, den wir auch schon letzte Woche so ein bisschen angeteasert haben. Die Misk Starfarer war schon mal im Revel- und York-Hangar zu sehen und man sieht, dass dieses Schiff tatsächlich sehr, sehr groß ist. Deswegen auch der erweiterte Revel- und York-Hangar, der etwas größer in der Tiefe ist, um dieses Schiff überhaupt zu hosten. Sagt man hosten? Kann man sagen, ne? Ja, auf jeden Fall zu beherbergen, könnte man sagen, aber ist richtig. Was ich so witzig fand an dem Sneeping, nur eine kleine eigene Eindrücke, dass ich dachte, der wird sich ärgern, der diesen Revel- und York-Hangar hat, dass er danach überall Ölflecke hat, denn das passt irgendwie nicht so richtig rein. Passt nicht rein, ne? Und es ist auch krass bewaffnet, das Schiff. Als ich gesehen habe, dass da schon wieder vier Mass-Driver direkt zu sehen sind, dachte ich, huh. So ist es auf jeden Fall. Es ist auf jeden Fall ein kleiner Hinweis darauf, dass wir davon bald mehr sehen werden. Vielleicht sogar mit dem nächsten Patch können sich die Starfarer eigener darüber freuen, das Schiff dann im Hangar zu besichtigen. In dem vergrößerten Hangar dann. Genau, wir gehen mal weiter zu Ten for the Developers. Es gab wieder eine Episode dazu und da haben wir uns mal so ein paar Eckpunkte rausgesucht. Das Erste, da geht es um Alien-Rassen und die Entwicklung von Alien-Rassen, die jetzt gerade stattfindet. Dazu kann man sich also sagen, dass sie sich sehr genaue Gedanken machen, wie sie eine Alien-Rasse wirklich ausarbeiten. Das bedeutet, sie stellen sich tatsächlich die Frage, wie kann auf einem anderen Planeten unter anderen Bedingungen Leben entstanden sein und was könnte da für Leben sich daraus entwickelt haben. Sie machen sich also im Design-Prozess sehr große Gedanken darüber. Sie sagen auch, die Vendul sind jetzt quasi fertig. Die sind soweit für Squadron 42 auch vorbereitet worden. Jetzt geht es erstmal um uns Menschen und von dort aus geht es dann nochmal in die anderen Alien-Rassen weiter. Und wenn ich es richtig verstanden habe, stand ja wirklich die evolutionäre Entwicklung sozusagen im Mittelpunkt, dass sich die Rassen wirklich auseinander differenzieren und nicht linear quasi entwickelt haben. So ist es, genau. Deshalb ist es ein sehr aufwendiger Prozess auch, weil man eben weggeht von dem normalen, sagen wir mal, Entwicklung der Menschheit an sich. Das ist halt ein anderer Prozess. Sehr, sehr spannend und von dort aus ging es dann zu den Kleidungsherstellern. Meine Lieblingskategorie, ganz wichtig fürs Shopping, da muss man sagen, dass es da tatsächlich schon Style-Guides gibt, dass man nicht nur jetzt, sag ich mal, Rassen auseinanderentwickelt, sondern da jetzt bei Kleidungsstücken wirklich auf die Menschheit das Ganze anwendet und sagt, okay, wir haben Soul, wir haben Terra und wir haben da auch schon verschiedene Stilrichtungen. Und das findet sich dann in den Style-Guides wieder, die die Entwickler benutzen, damit wir da eine schöne Ausdifferenzierung haben der Sachen. Und dann geht es in die Subkategorien, in die Bereiche wie Arbeiter oder Rebellen oder Geschäftsleute, dass man da auch nochmal diese Styles, die sich auf dem Planeten halt entwickelt haben, ausdifferenziert in Subkategorien. Genau, und dazu haben Sie auch nochmal in Bezug auf NPCs und Charaktererstellung gesagt, das wird auch ein sehr modulares System. Genau, das heißt, da ist es wieder das schöne Wort. Das heißt, da geht es auch wirklich darum, dass die Jacken dann auch tatsächlich anders aussehen, als dann die entsprechenden Hosen, dass das alles unterschiedlich für die NPCs zusammengestellt werden kann, eben aufgrund dieser Style-Guides. Ein schönes Ding. Ja, und dann geht es nochmal in die Schiffsvarianten. Da war eigentlich nur die Frage, beschleunigt sich jetzt der Prozess, nachdem man zum Beispiel bei der Constellation gelernt hat, wie man eine Überarbeitung stattfinden kann, dann auch für die Varianten? Und da gibt es eigentlich nur eine Antwort. Da sagten sie, ja, dieser Prozess beschleunigt sich jetzt in Zukunft, gerade weil auch dort die Style-Guides ganz, ganz wichtig sind und eine zentrale Rolle haben, dass man sagt, MISC oder RSI baut auf eine bestimmte Art und Weise. Das ist auch bei der Spieleentwicklung, gerade bei den Grafikarbeiten, bei den Concept-Arts ist das auch Standard, dass man mit Style-Guides arbeitet, damit die Designer einen Leitfaden haben und sich dann nicht in der Entwicklung verlieren und dann unter Umständen ästhetisch Dinge entwickeln, die halt gar nicht mehr konsistent sind zum Spielen halt. Ja, ganz genau. Also da machen sie große Fortschritte und dementsprechend wird auch die Umsetzung dann für das Spiel und im Endeffekt in der Engine dann auch etwas schneller werden, immer mit jedem Style-Guide, den sie ausformuliert haben. Ja, das war es dazu. Und dann gehen wir nochmal zu Reverse the Verse. Da gab es nämlich auch ein paar interessante Neuigkeiten. Und zwar ganz aktuell für alle Freunde von dieser Technologie. Der Xi'an Scout befindet sich jetzt aktuell diese Woche nochmal im Sale. Und zwar mit einer sehr, sehr witzigen Begründung. Da kommen wir schon wieder in die Kindheit zurück, ja. Akte X ist gestartet wieder, ja. Deswegen gibt es jetzt die Xi'an Scout als Sale, als Alienschiff, als Ufo sozusagen, wieder im Sale. Genau, das Schiff, mit dem Mulders Schwester entführt wurde. Wann ist die Xi'an Scout? Nein, aber so ein bisschen diese Parallelität. Du sitzt da auf dem Rücksitz, denkst du, naja, ist ein bisschen mau jetzt hier. Ich habe jetzt irgendwie eine große Untertasse und Hochtechnologie erwartet und nicht einen Rücksitz. Ja, genau so ist es. Nein, damit ist sie also wieder im Scout. Das heißt, da könnt ihr auf jeden Fall zuschlagen. Und das heißt auch, sie ist relativ weit schon in der Entwicklung. Das war nämlich auch so ein Punkt. Da kommen wir gleich nochmal auf jeden Fall zu, was Reverse the Verse angeht. Aber dann geht es erstmal in die Gamescom. Ganz wichtig, wir warten selber schon auf genaue Termine, beziehungsweise auf den Veranstaltungsort. Es ist so, Gamescom 2016 soll der Stand größer werden, aber der genaue Veranstaltungsort für den Event ist noch nicht klar, genauso wie der Zeitpunkt. Das ist gerade in der Konzeptphase beziehungsweise auch. Das wird gerade vereinbart und festgemacht und der ganze Rahmen geklärt. Sobald da Klarheit herrscht, gibt es natürlich die Infos dazu. Genau, die werden wir dann natürlich auch gleich dazu raushauen. Und ja, von da aus ging es dann wirklich nochmal in die Schiffe im Detail. Da wurde dann zum Beispiel gesagt, dass die an der Caterpillar weitergearbeitet wurde. Da gab es ja schon mal ein schönes Video, was wir dazu gemacht haben, wo sie im Greyboxing ist, wo man wirklich die ganze Modularität nochmal sieht. Da wurde auf jeden Fall weiter dran gearbeitet und dran geschraubt. Dann in der finalen Greybox-Phase wirklich angekommen. Passend zu dem Thema ist der Shian Scout. Ja, da geht es also wirklich voran. Gute Möglichkeit vielleicht, dieses Schiff sich jetzt im Sail nochmal zu sichern, denn es wird nicht mehr lange dauern, dann ist es zumindest Hangar-ready. Ja, die Reliant hat den finalen Materialdurchlauf. Das heißt, die ist auch schon kurz davor, dann in die Hangars zu kommen. Und Schluss und letztendlich auch gute Nachricht, die Saber ist fast flight-ready. Ist auch mein Tipp so für den nächsten Patch. Ja, jetzt mache ich mal wieder ein bisschen Spekulationen hier. Ich glaube, im nächsten PTU haben wir die Saber Flight-ready. Und ich glaube, oh Gott, jetzt wird es richtig spekulativ. Ich glaube, Anfang nächster Woche ist es soweit. Okay, darauf könnt ihr ihn festnageln. Da bin ich Zeuge, auf jeden Fall, dass wir das mal überlegen, ob da der Weizen so recht gehabt hat. Stören wird es uns ja alle nicht, kann man so sagen. Nö, das wäre auf jeden Fall eine sehr, sehr geile Überraschung, wenn man das sagen darf. Aber es wäre eine geile Überraschung, ja. Das ist wohl wahr. Ja, nicht so gute Neuigkeiten gibt es da vom Lobby-System noch abschließend. Da gab es nichts zu berichten. Das heißt nicht, dass sie nicht daran arbeiten, dieses Lobby-System hinzukriegen. Und sie arbeiten sehr hart daran, nach eigener Aussage. Aber sie können uns noch nichts dazu präsentieren oder genauere Infos dazu geben. Müssen wir also noch ein bisschen abwarten. Ja, und jetzt gehen wir nochmal in die Episoden, die wir für euch gemacht haben in der letzten Woche, in der letzten Zeit. Und ja, da hattet ihr großen Spaß mal wieder im Arena Commander. Ich habe mich mal wieder in den Arena Commander reingewagt mit meinem Joystick. Und da habe ich einfach bei der Super Hornet die Frontbewaffnung, die Gatling-Gun der Vanguard, oben rauf geflanscht. Auf das kleine Hornet-Schiffchen. Und wir angeschaut, wie die Waffe funktioniert. Die Folge ist, glaube ich, ganz spannend geworden. Aber sie schrauben gerade, das sage ich jetzt hier an der Stelle nochmal ganz, ganz wichtig. Sie schrauben gerade nochmal an der Hitzeproduktion und an dem Energiebedarf dieser neuen Gatling von Apocalypse Arms. Das heißt, was ihr seht, ist natürlich nicht fix im Prozess, sondern da sind sie gerade am Anfang. Ja, so ist es. Und ich fand die Folge aus dem Grund spannend, weil es nur ein bisschen so eine Art Retrospektive ist. So wie der Channel hier nämlich mal angefangen hat mit euch zweien im Arena Commander mit Chuck der Orchidee im Hintergrund. Großartig, ja. Eine Sache muss ich noch sagen dazu. Ich finde es erstaunlich, dass die Joystick-Steuerung inzwischen wahnsinnig gut funktioniert gegen Mausspieler. Also wir sind da einen gigantischen Schritt weiter, Lichtjahre weitergesprungen. Es wurde nirgendwo groß an die Glocke gehängt und gar nicht kommuniziert. Das passiert so gerade so parallel im Verborgenen. Und ich merke mit jedem weiteren Patch, dass da die Möglichkeiten für Joystick-Spieler immer weitergehen. Genau, also von daher für euch Joystick-Spieler jetzt eine gute Zeit, um wieder ein bisschen in Übung zu kommen. Wenn ihr es vorher schon ein bisschen zur Seite gelegt hattet und schon überlegt habt, ob ihr wieder zur Maus greift. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt dafür. Ja, wir waren aber nicht faul, haben von daher auch weitergemacht direkt und ein sehr, sehr schönes First-Person-Shooter-Let's-Play aufgenommen. Nämlich, da stürmen wir den Security Outpost Korea mit Dozer als Marine im ersten Einsatz sozusagen. Vier Leute von uns haben sich verschanzt, vier Leute greifen an, fünf Kameraperspektiven haben wir dabei. Hat Spaß gemacht, oder? Hat Spaß gemacht, ich brauche aber dringend Training, würde ich sagen. Ich freue mich schon auf das Marines-Drill-Training von unserem Crash Corps, damit ich halt mal ein bisschen lerne zu treffen. Ich glaube, ich bin so ganz von der Kommunikation ordentlich, ich bin auch immer ruhig, aber ich treffe dich. Übermacht euch selbst ein Bild davon, bewertet meine Fähigkeiten als Hardcore-FPSler, sag ich jetzt mal, gewagt und habt Spaß dabei. Ja, so ist es auf jeden Fall. Ja, und Spaß könnt ihr auch noch bei der letzten Episode haben, die wir auch noch produziert haben letzte Woche. Das ist insbesondere was für eure Kumpels, eure Freunde und alle anderen, die ihr mit dem Spiel infizieren wollt und ihnen zeigen wollt, was ist eigentlich schon erhalten. Wir haben nämlich einen Einsteiger-Guide gemacht zu den enthaltenen Features, Funktionen und Inhalten von der Star Citizen Alpha 2.1. Ich war selber überrascht, wie umfangreich inzwischen Star Citizen in der Alpha-Version ist. Tatsächlich hat sich wahnsinnig viel getan und sie haben jetzt im vergangenen Halbjahr oder im vergangenen Vierteljahr einen Riesensprung gemacht und das sieht man in dieser Folge ganz gut. Ja, genau. Also von daher schaltet mal rein, schaltet mal ein, wo ihr auch mal reingucken könnt. Auf jeden Fall ist ein sehr schöner Artikel, haben die Kollegen von INN, von der amerikanischen Seite geschrieben, eine Art Rückblick über das Jahr 2015, was ist alles passiert bei Star Citizen. Und bei SCB wurde das von unseren fleißigen Redakteuren übersetzt. Da könnt ihr also nochmal ein bisschen zurückgucken und so ein bisschen reminiszieren, was alles passiert ist letztes Jahr. Und ich glaube, der Kollege hieß Nikhara, der hat wirklich einen sehr, sehr guten Job gemacht und das sehr detailliert aufgeschlüsselt mit den einzelnen Steps, was alles passiert ist. Ich war selber beeindruckt und fand es einen wunderschönen Artikel. Ja, von daher schaut auf jeden Fall mal rein. Ja, und am Abschluss noch eine Anmerkung in eigener Sache sozusagen und zwar geht es um unseren Twitch-Livestream. Der beginnt wieder ab 4.2., das heißt ab nicht diese Woche Donnerstag, sondern kommende Woche. Und da präsentieren wir euch dann nochmal die Überarbeitung unseres Livestream-Channels bei Twitch und allem, was damit auch zusammenhängt. Da haben wir uns ein paar Gedanken zu gemacht und ab Februar geht es da wieder ordentlich los. Und von daher würde ich sagen, wir kommen jetzt am Ende noch zu Interaction. Unsere Frage ist natürlich, wer oder wer interessiert sich für das neue Sightech-Setup? Ja, da wird sich die Umfrage drum drehen oder wer sagt, nein, ich bleibe bei Maus und Tastatur oder wer sagt, ich habe schon ein Setup. Ich warte erst mal ab. Genau, so ist es. Auf Google Plus könnt ihr da wie immer abstimmen. Lasst uns wissen, was ihr darüber denkt. Ansonsten danken wir euch erstmal für eure Aufmerksamkeit. Lasst uns auch wissen, was ihr über diese Episode gedacht habt und schaut mal in die anderen rein. Liken, Disliken, ganz wichtig, abonnieren. Und wenn ihr uns ganz besonders unterstützen würdet, würde es uns sehr freuen, wenn ihr mal auf Patreon guckt. Vielleicht findet ihr das, was euch interessiert. Das wäre ganz, ganz großartig. Vielen Dank, Wiesen, für die Unterstützung. Bitteschön. Ich freue mich darauf, wenn Cicilla wieder hier am Ruder ist. Ja, die freut sich auch. Ich bin natürlich bei weitem nicht so gut wie mein weibliches Gegenstück. Ja, ja, das ist jetzt Fishing for Compliment. Ja, ja, ein paar Complimenter an meine Moderationskollegin. Ja, das auch auf jeden Fall. Gut, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Und Wiesen und Sawyer verabschieden sich mit einem gemeinsamen See you on the Flight Deck. Oh, eins hat es verpasst. Passiert bald. Untertitelung des ZDF, 2020